Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 19 hier beim Adventskalender auf meinem Kanal. Ich bin Vincent und heute möchte ich, dass ihr alle etwas entspannt. Deswegen möchte ich von euch gerne wissen, was ist eure Lieblingsmischung oder euer Lieblingsöl von doTERRA, welches euch beim Entspannen hilft. Denn heute möchte ich nicht nur, dass ihr eben dieses Öl oder diese Mischung in die Kommentare schreibt, sondern euch auch einfach mal 20-30 Minuten Zeit nehmt und dieses Öl einfach in den Diffusor zu geben oder auf die Hand das Ganze zu verreiben und zu inhalieren oder einen Entspannungsbad zu machen mit diesem Öl oder dieser Mischung, um einfach mal in dieser meist stressigen Zeit etwas zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Nehmt euch bitte diese Zeit, das ist meine Aufgabe heute für euch und dann schreibt mir eure Lieblingsöle oder Mischungen in die Kommentare, um die Möglichkeit haben etwas zu gewinnen. Am 1.1. ist ein Sennenschluss und am 9.1. werden die Gewinner bekannt gegeben. Also abonniere gerne den Kanal, damit ihr das nicht verpasst und auch die nächsten Videos in den nächsten Tagen nicht mit den nächsten Rätseln. Nimm dir heute etwas Zeit zum Ausruhen, zum Entspannen und für die Stressfreiheit und dann hoffe ich, dass du beim nächsten Video, also morgen wieder einschaltest. Ganz viel Gesundheit und ganz viel Erfolg weiterhin noch bei dir und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, Vincent. Bis dahin, Vincent. Bis dahin, Vincent. Bis dahin, Vincent.